oi da was geht ab leute team wabelt hier heute überraschenderweise mit einem oster special video auch wenn es erst anfang februar ist aber passt vom timing her eigentlich ganz gut was wir jetzt geplant hatten zwar haben wir von market paar gutscheine bekommen willkommen ins gutscheine für neue account konnten die wir an unsere fans weitergeben können dürfen und von denen haben wir noch acht übrig und in acht wochen wäre dann halt ostersonntag also würde das perfekt passen also wenn wir ab heute also hier ist der erste code der erste der sich den schnapp hat die fünf euro bekommen kriegt die fünf folge und dann in den nächsten sieben wochen dann wenn wir irgendwo in den videos einmal pro woche einen von diesen kurz verstecken also wer sich alle videos anschaut findet die kurz ohne probleme ansonsten müsst ihr suchen und dann könnt ihr die einlösen der erste krieg die also jeder kann nur einen bekommen also weil das nur für den allerersten account gilt also man hat ihn nur ein also jeder der noch keiner konnte hat kann sich ein machen und dann kriegt er diese 5 euro falls er diesen code verwendet ja und in den nächsten sieben wochen werden wir jeweils einmal pro woche random irgendwo im video irgendwann den code einblenden oder das ganze hier so wie es hier zu sehen ist weiß ich noch nicht oder nur den code mal schauen wie schwer wir es machen wollen und dann könnt ihr euch den code schnappen ansonsten machen wir vielleicht noch ein allgemeines video mal zu card market und wie das alles funktioniert falls die nachfrage hoch genug ist groß genug ist paar haben uns jetzt gefragt sogar manche aus dem team haben kein plan davon also mal schauen vielleicht mache ich dazu mal ein video falls ihr ein video dazu sehen wollt könnt ihr das und in die kommentare schreiben ansonsten schaut unsere videos an und schnappt euch die kurz und leiden ist dafür was geht ab heute ich hoffe euch hat das video gefallen wie immer leiden, subscribe, kommentieren, erzählt uns was ihr von unserem video heiltet ansonsten wenn ihr mehr über uns erfahren wollt checkt unsere facebook seite da und natürlich unsere sponsoren als eine beschreibung und ansonsten bleibt wenigstens